So Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mal so eine Art Trainingsvlog und Leo und Jordan haben mich hier so ein bisschen begleitet und chillen so ein bisschen hier am Spot. Ich weiß nicht, ob die auch vielleicht ein bisschen trainieren möchten. Heutiges Ziel, bei mir ist zumindest, besser im Wheelie werden. Übung, 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 Leute. Muss besser werden, oder? Ja, der war schon nicht schlecht auf jeden Fall. Ich werde halt immer schneller. Ich muss eigentlich viel höher. Ich muss so viel höher, Mann. Der war nicht schlecht, aber ich muss einfach höher. Der war nice. Der war geil, Digga. Korrekt, Alter. Ich hoffe, der Theo hat da ein paar geile Bilder von. Geil. Geil, Mann. Die werden besser. Perfekt. Nice. Nice, 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 nice. Oh, der war richtig hoch, Junge. Gefährlich. Theo ist, glaube ich, auch richtig in seinem Element da hinten, Alter. Mega geil. Ja, die werden besser auf jeden Fall. Ich kriege da ein bisschen mehr Kontrolle rein. Fuß ist immer schön auf der Fußbremse. So wie der David das immer sagt. Und dann wird das schon irgendwie passen, aber so bockt das auf jeden Fall schon ganz gut. Wow, Junge war der gut. Fuck my life, Alter. Oh Mann, ich schreie hier schon wieder so heftig ins Mikrofon, das ist wieder viel zu laut, Alter. Juhu, ist das geil, Alter. Also ich komme jetzt gut hoch auf jeden Fall. Die Höhe ist ganz nice. Fuß immer auf der Fußbremse, also möglichst kontrolliert halt. Ja, ey, die werden... Ich schwöre, ich bin hier gerade nur echt 15, 20 Minuten am Üben und die werden so viel besser, wenn man einfach mal eine konzentrierte Session macht. Fuck. Ist das geil, okay, aber der war jetzt nicht so nice. Wuhu. Shit, Digga. Oh, Alter. Ist das geil, Mann. Ja, Mann. Die werden echt... Alter, ohne Scheiß, krass. Ich liebe die SNC, so heftig. Ich liebe die Karre, Mann. Die macht zu viel Bock. Ja, Mann. Ich liebe Motorradfahren, Leute, das ist einfach zu heftig, geil, Mann. Wuhu, sexy. Ist das geil, Mann. Okay. Nice. Nice. Nice, nice, nice. Jetzt sind die beiden noch motiviert, Alter. Zwar mit den 125ern, aber mein Gott, was soll's. Es wird schon dunkel und es war eine echt geile Session. Die beiden Jungs waren mega korrekt, hat mega viel Spaß gemacht, ich hoffe ihr konntet ein paar Eindrücke von dem kleinen Training mitnehmen, haben auch ein paar geile Bilder gemacht, die werde ich auf jeden Fall auch posten und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, euer Mango, wir sehen uns bis demnächst Leute, mega korrekt, dass ihr mal wieder dabei wart und ja, gerne liken, teilen, abonnieren, bla bla bla, ihr wisst schon Bescheid, kennt ihr ja von allen anderen auch und ja, ich würde mich freuen, wenn wir es beim nächsten Video wieder sehen, oder? Also, bis dann, ciao! Boah, Junge! Boah, sieht das geil aus! What the fuck? Digga, ich brauch unbedingt ein Bild! Shit! Geil! Geil! Geil!